HL Sports TV mit PKFF Pressekonferenz Fanfrage vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden am Dienstag um 19 Uhr. Es geht für den VfB Lübeck um alles. Sechs Punkte gilt es aufzuholen auf den SV Meppen. Der spielt übrigens am Mittwoch in Zwickau. Ich muss hier auf meinen Spickzettel gucken. Und auch der KFC Uerding ist gefordert. Auch erst am Mittwoch die Spielen gegen Viktoria Köln. Das sind wohl die drei Vereine, um die es geht. Bayern 2 ist glaube ich auch dabei, genau richtig. Die Spielen in Duisburg. Ja, das sind die drei Vereine, um die es geht, die der VfB irgendwie einholen muss. Und um dieses rettende Ufer noch zu erreichen. Und heute platzte die Bombe auf der Pressekonferenz des VfB Lübeck vor dem Spiel. Rolf Landal sagte nämlich folgendes auf die Frage von, jetzt muss ich auch wieder gucken hier, Christopher Deckert. Die hat er aber auch schon vorletzte Woche gestellt, aber wir haben sie heute erst gestellt. Wie sehen deine Planungen für die kommende Saison aus? Würdest du beim VfB Lübeck bleiben wollen bei Klassenerhalt oder Abstieg? Oder suchst du nach einem neuen Kapitel für dich? Und ja, da schauen wir mal, was der Cheftrainer des VfB Lübeck darauf geantwortet hat. Naja, wenn du mich so offen fragst, dann eiere ich auch nicht lang herum. Also der Verein hat mir kommuniziert, dass es in der dritten Liga weitergeht, wenn wir das schaffen. Und dass in der Regionalliga das dann eher in Richtung Neustadt laufen wird. Also ohne meine Person. Ja, das war ein Knaller. Mit ihm geht es weiter nur in der dritten Liga. Und falls der VfB Lübeck absteigen sollte, dann geht es nicht für Rolf Lander weiter. Dann möchte man beim VfB Lübeck einen Neustart planen. Und ja, man hat das schon so ein bisschen vorher auch so herausgehört. Letzte Woche war ja dieses Sponsoren-Online-Treffen. Und da war Rolf Lander ja auch noch kein oder kein Thema. Dafür steht allerdings fest, dass mit Rocco Leser weitergemacht wird, weil der nämlich die Gespräche mit der Mannschaft führt. Und da gab es ja auch so einen Artikel bei den Kollegen von der Lübecker Nachrichten, die rausgehauen haben, wer denn alles so bleibt und wer alles so geht. Und im Endeffekt sind es ja eigentlich nur vier Spieler, vielleicht sogar nur drei, die am Ende bleiben. Und es gilt also, um den Job zu behalten für Rolf Lander. Deswegen muss die Mannschaft morgen gegen Wiesbaden auf jeden Fall gewinnen. Sie braucht mindestens sechs Punkte und muss darauf hoffen, dass die Konkurrenz strauchelt. Und ja, wir drücken hier ganz feste die Daumen, ganz feste, dass das alles so klappt. Und dass dieses Corona-Jahr in der dritten Liga nochmal ein weiteres Jahr dritte Liga ohne Corona nach sich zieht. Und dass ihr vor allen Dingen, ihr Fans, dann auch wieder ins Stadion dürft. Und ja, wir hoffen alle drauf. Übrigens an dieser Stelle, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch zu liken und vor allen Dingen auch zu kommentieren, was ihr denn von der Aussage von Rolf Lander haltet. Diese Woche hatte Jörg Kempeck folgende Frage gestellt. Wie motiviert man eine Mannschaft noch richtig, um alles für die restlichen Spiele zu geben, obwohl der eine oder andere gehen muss oder freiwillig den Verein verdässt? Ja, und daraufhin hat Rolf Lander das gesagt. Seit Mittwoch sind wir dann wieder im Training. Und ja, ich kann dir sagen, die Stimmung war, es hat geknistert im Training, speziell am Beginn der Woche nach den Zeitungsartikeln und auch den Veröffentlichungen der Namen, die dann gehen. Nein, das ist keine angenehme Situation gewesen, aber es gehört dazu, das dann auch richtig zu sortieren und einzuordnen. Und jetzt gilt es speziell für mich herauszufiltern, wer zerreißt sich noch für die Aufgabe, wer zerreißt sich für den Verein. Und das werden wir morgen definitiv, so denke ich, auf den Platz bringen. Jungs, die sich für die Aufgabe nach wie vor zerreißen und sich mit dem identifizieren und das absolute Maximum aus diesen restlichen vier Spielen rausholen wollen. Ja, wir hoffen, dass die Jungs sich zerreißen und dass er die richtige Wahl trifft, mit den richtigen Spielern aufs Feld läuft. Für wen Wiesbaden geht es um nichts mehr, die können weder aufsteigen noch absteigen. Und was Lukas Reda, der übrigens auch in Frage steht für die neue Saison, dazu gesagt hat, das liest ihr bei uns bei HL Sports in unserem Vorbericht. Ja, das war es von mir, Roland Kenzo für HL Sports TV. Wir sind morgen für euch ab 19 Uhr auf der Lohmühle dabei und drücken ganz fest, da habe ich ja schon mal gesagt, die Daumen für den VfLübeck, dass sie morgen das Wunder Teil 1 schaffen und einen richtig großen Schritt vielleicht Richtung Klassenhalt gehen. Und ja, alles gleich und bleibt gesund. Wir sehen uns nach dem Spiel mit dem Blitzfazit von Markus Karben. Bis denn erstmal. Tschaui!